Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tech Town! Äh... Weil die's kurz zögern! Ja, ich will das so tun! Ja, und ich muss immer über unsere mega lange... Ah, ok. Haha, und ich muss nach... Thanda, ich habe eine Überraschung für dich, was ich letzte Folge noch gecraftet habe. Guck dir das an. Ja, ich komme gerade auch schon nach oben. Nein, bleib unten, bleib unten, bleib unten, bleib unten. Ich brauche Däumen als Testobjekt. Aber ich... Ah, ich komme. Guck mal, siehst du das hier? Thanda, siehst du das hier? Bleib hier oben. Hä, Xander, siehst du das hier? Bleib hier oben Laden Bereit? Ja Das ist mit meinem Herz Gib mal her, gib mal her Nein, meine Muskete Ich geb dir die auch wieder Ich will die Nummer anhaben Also in der Hand haben Ist da Infinity-Dings drauf? Nein, eben nicht Gut, weil dann wäre es schon meine Muskete So, jetzt zeig ich erst mal was Ja, du hast keine Munition Oh Ich geb dir doch keine Munition für eine Muskete Äh, Doy, mit welcher Soll euer Raum noch vergrößert werden? Bäm Gibt's hier auch so Maschinengewehre und so? Äh, gar nicht Nee, aber es gibt hier so eine aufstellbare Kanone Wieso? Wir brauchen ganz viele Cleanstones Also der Überspeed ist das jetzt ja nicht gerade, Andi Was? Hä? Hä? Ja, dass es ja noch kein Diamant-Mining wird Dann ist es richtig über Aber so ist es schon relativ schnell eigentlich Ja, es ist Achso, stimmt Warte mal, ist das für alles zu gebrauchen? Oder? Ja, es ist für alles zu gebrauchen Auch Holz? Hast du nichts zu gebrauchen? Ja Auch Holz? Nee, nee, nee Nur für Steinzeug Stein und, äh Dirt Ja Was ist das? Alles, was du unter der Erde findest Das ist dein Zeig mal Dildo Zeig mal Ja, warte, hier Äh, also wir haben ja Null Glas, ne? Dann können wir uns ja mal Äh, in die Wüste gehen Nein, 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 nicht Nicht, nicht, nicht wegmachen Nicht, nicht, nicht Kian, hast du den Redstone noch? Weil das die Markierung ist für unsere Tür Ja Hier kommt die Tür hin Noch einen Laufweg Ah, ja, okay, mach mal Hier kommt so eine Schleuse hin Ey, wir müssen däumen Wir müssen in die Wüste Komm Ja, okay Komm, Wismi Wo ist denn die Wüste? Keine Ahnung Frag Kian Ey, die muss man Inventar erst leer machen Das wollte ich eigentlich gerade gemacht haben Kian, karier ich mir jetzt mal den Redstone? Ey, und in der Zeit Äh, Andi, wenn du langwe- Wir brauchen ganz viel Cleanstone Ja, ja, ich Ich produziere das währenddessen Wo ist denn jetzt der Stone gelandet, Ada? Ja Also du packst die ganze Zeit auch Stein? Ja, ich mach gleich noch einen Eisenhofen und dann Ernsthaft, wir brauchen ein verbessertes Lagersystem Ich hau jetzt erstmal hier alles rein Weil wenn ich jetzt Sand fahre Ey, du hast gerade irgendwas aufgenommen Denk ich mal, was ich da hingeworfen hatte Egal Ich? Kann ja gut sein Nee, ich glaube Zander irgendwie Rubber oder Copper So Nächste Hüllenmaschine ist fertig Rubber hab ich da aufgenommen 29 Stück Ja, ja, leg's hier in die Box oben Ja So Komm, Dom Komm mal los Ja, wo ist denn die Wüste? Oh, wer hat den Cottelstone in die wertvolle Kiste entladen? Ich? Oh, du guckst Andi, Andi hat gesagt, du sortiert hast Äh Wunder Ja Alter Egal Morgens, hört auf die Cobbleszone reinzelt Dadurch erschießt euch alle Ja, dann packt welchen Ja, ich bin ja dabei Ich muss erstmal in den zweiten Ihr müsstest mein Invertal gleich voll Ich hasse euch Geht weg Wir müssen in die Wüste Wo ist die Wüste? Okay, Ian, in welche Richtung ist die Wüste? Äh, warte Wo bist du? Norden, Süden In die Richtung Hier, wo ich Wenn ihr in die Richtung weiter Richtung Sonnenuntergang Ja, genau Also Richtung Westen Viel weit Echt? Im Westen? Keine Ahnung Wo geht's? Ja Ganz ehrlich, keine Ahnung Ja, das steht vielleicht auf der Minimap Hä? Wird du dumm? Wo denn? Ja, im Minimap oben wird wahrscheinlich Norden sein, denke ich Ja Ja Jumals ohne Seil verwaschen Ja, aber das macht keinen Sinn Weil, wie ist das? Wo geht die Sonne auf? Im Westen? Im Osten? Im Osten geht es Ja, da jetzt reicht es Ich mach jetzt noch eine Kiste Nur für Cobblestone Da ist eine Kuh! Da ist eine Kuh! Däum, ich hab alles Alter Ey, Däum, warum hast du die Fakte weggemacht? Äh, keine Ahnung Lüftverschmutzung Nein Wir brauchen das Okay, stimmt Wir sind wie Hänsel und Gretel Stimmt, Hänsel Die Hexenjäger Die Hexenjäger? Gibt's auch mal so einen Hänsel und Gretel Film Mit ganz viel Blut Ganz viel Ja So, wo war ich da bei Ass? Ich kenn nur die echte Version Die Liebe Version Ich glaub, die Liebe Version ist auch nicht lieb Ey Kinder Ey Kinder, du bist im Leben nicht hier lang gegangen Ich bin nirgends so lang Doch Da ist eine Pyramide halt irgendwie Oh, ist klar Der Verarsch ist gerade voll Wir laufen jetzt gerade wahrscheinlich irgendwo hier lang Soll ich euch die, äh, kann ich die sehen? Doch, ich kann euch die, äh, Koordinaten der Pyramide sagen X-214 und Z-122 Wow Wenn wir den Baum fangen, ne? X-was? X-was? Minus? Minus 214 und Z-122 Halt's Maul, wir haben die Wüste gefunden Guck mal Zander, guck mal Zander, guck mal Zander, guck mal Zander Kann ich beim Drill auch Viecher töten? Äh, ja, aber das macht auch glaub ich nicht so viel Schaden Da war Keen schon drin Ne, war der nicht Doch war der wohl Aber beim anderen Äh, sind das nicht zwei Pyramiden? Ne, was ist das denn denn hier? Ah, das ist dieser Nebenpöppel Ah, Skelett! Ja, hier sind überall Skelette voll übel Lass mal ganz kurz gucken, ob hier vielleicht noch ein bisschen was ist Alter, nein, ich... Ich hab Pyramiden schon systematisch mit TNT auseinandergenommen Da ist nicht mehr Nö, ey, apropos TNT Ey, guck mal hier oben Lass mal das TNT abgreifen Oh, Dorm, du bist so ein Noob Ja, das hat er doch schon nix abgegriffen Junge, wer bin ich? Keine Ahnung, ja, das ist jemand, der an sowas nicht denkt Guck, du hast die Kisten stehen lassen, du hast die Kisten stehen lassen Ja, da ist ja auch noch Zeug drin, weil ich voll war Wer bist, ist da noch Zeug drin? Ja, aber Ramsch Zum Beispiel? Weiß nicht Jetzt muss ich reingucken, jetzt muss ich reingucken Jetzt muss ich auch mal reingucken hier Ramsch, ne, die ist leer Was? Da ist viel Exel drin Junge, da ist voll viel Zeug drin Ja, Twuzel Und da ist Fleisch drin, Alter, sieben Raw Beef Wer bist du eigentlich, Kilian? Die Alternative war, äh, Gold zurückzulassen Scheiß auf Gold, Raw Beef ist viel besser Genau, so brauchst du Gold, wenn du Beef hast Ey, und hier ist voll viel Wolle, lass mal die Wolle mitnehmen, dann brauchen wir keine Schafe mehr farben Ja, ist so, hast du schon Schafe gefunden? Doch, klar, lass die Wolle mitnehmen Stimmt, wir können uns echt mal Betten besorgen Dann haben wir auch keine Lagermöglichkeiten dafür Ja, wir haben nicht ein Bett, wenn wir sterben Dann sind wir nicht Na gut, wir sind doch nicht wirklich weit weg von dem Ding Ja, egal, trotzdem, wir brauchen doch irgendwann im Haus betten Däumen, sammle die Wolle auf Zander, Zander, werf Wolle herunter? Ach, da ist noch mehr So, mal, guck mal ab jetzt, äh Ja, jetzt müsste alles unten sein So Und jetzt müssen wir Sand besorgen dran, komm Jep Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Ahnung Vielleicht durch den Ausgang, durch den Ausgang ist eine gute Idee Hier, ja, das ist eine gute Idee Hier ist noch mehr Wolle Nicht bewusste Bauarbeiter beleuchten erstmal ihre Baustelle Ist so Oder den Steinbruch, oder was auch immer Aber ich hab jetzt keinen Bock, die ganze Wolle abzubauen Guck, sag ich doch Däumen, wo gehen wir lang? Da ist ein Creeper Ey, lass einfach mal Ey, lass ihn hochjagen, dann haben wir schon mal Sand Lass ihn doch, lass ihn doch Ich hab noch ein halbes Herz Da ist noch einer, da ist noch einer Ein halbes Herz, verpiss dich Hast du Essen? Ja, ganz viel Ja, aber jagd ihn hoch, wir brauchen den Sand Den Sand Hä, warum geht der nicht in die Luft? Zu mir, nicht zu mir, nicht zu mir, nicht zu mir Ey, nicht hochjagen, wir brauchen das Sprengpulver Ja, wir brauchen den Sand Das Sand Ey, jetzt fang ich ja auch schon damit an Boah, alter, krass Was denn krass? Guck doch mal bei mir Hier ist von die Party Boah Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe Renn weg Renn weg Renn Warum hast du Bist du nicht vollgefressen? Doch, aber ich Verdiere schneller Leben Als ich Herzen kriege Oh, ich bin Level 20 Oh, nein, 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 nein Scheiße Wird dir dein Death-Punkt markiert? Nee Wie soll es jetzt zu mir hinfinden? Wie soll ich jetzt zurückfinden? Ey, du musst nur Death-Point anschalten, wenn nicht Wie geht das? M Death-Point Enable Habe ich Aber jetzt hat er den, glaube ich, nicht Registriert Scheißdreck Jetzt weiß noch niemand mehr, wo unsere Hütte ist Oh, hat Auf der Karte habe ich sie Habe ich, habe ich Ey, das hat die EP Erfahrung Ich mache mich jetzt einfach zum Drill-Drill-Instructor Oh, wie scheiße war das denn jetzt? Ich bin Level 20, bahn tot Echt supergeil Herbert Ah, LeFlock ist hier Wir sind nach Westen, ne? Das ist aber nach Süden Wie ich jetzt gerade hier laufe Oh, jetzt muss ich einmal komplett hier rumlatschen, ey Seht ihr? Das liegt Das ist jetzt, weil wir keine Betten haben Also war das doch schon ganz gut, dass wir Ja, Denkansatz Ah, ne? Auch ich Habe Denkansätze Hat er die Diskette geklaut? Ja, ich habe das Ding abgebaut Und dabei hat er die wohl aufgenommen Oh, das wäre so dreist, wenn ich einfach die Diskette klauen würde Das ist nicht immer ein Monster, du musst mich unterstützen Ja, ich komme jetzt Ich folge den Fackeln Beeil dich, sonst verschwindet dein Zeug Ich glaube, ich sammle das lieber mal Nein, ich bin gleich da Okay, gut, dann sammelst du Aber wenn du gut bist, du bist schon bei den Fackeln Ich bin schon bei der dritten Fackel, glaube ich Wenn ich jetzt Ich sehe jetzt schon Bäume Und davon nicht gerade wenig Äh, ich reiche mal Uran an Ja, ja Ja, ja Aber aus Langeweile Mach du mal Sei mal der Iran und reiche Uran an Guck mal, ich bin ein Zauberer Bin ein Zauberer Was, wo bist du? Du bist gar nicht bei mir, aber gleich siehst du, dass ich ein Zauberer bin Cool Du bist richtig erwachsen Nein, wenn du siehst, was ich meine Ey, das Aber kennst du es nicht? Ne, was nicht Wenn kleine Kinder sich so freuen, weil die zaubern können Und dann können die im Grunde gar nicht zaubern Das habe ich auch früher immer gemacht Ich kann wirklich zaubern, du Lappen Was? Ja, pass mal auf hier Wenn ich hier gleich meine Zauberer Ich bin jetzt bei den Pyramiden Und oh, scheiße Oh, Spinne Renn einfach, renn einfach, renn einfach Spinne hinter mir Spinne Renn doch einfach, ich beobachte das Hier oben Oh, hier sind alle meine Sachen Oh, hier Guck mal, hier oben, hier oben, hier oben Ich bin ein Zauberer Was, wo bist du? Hier oben Ja, oh Zauber mal Ja, guck mal, ich stehe auf Sand, der eigentlich runterfallen müsste Ja, boah, du bist nicht Alter, was, was ihr da für ein Scheiße macht die ganze Zeit Oh, krass, jetzt bin ich angegriffen Von wem? Hier unten sind so viele Monster Ach, scheiße, ich bin gegen den Kaktus gelaufen Ich hab gedacht, ich werde von irgendwas angegriffen Hä? Der muss meine Diskette haben, der Sch... Ah, oh, lol Diskette weg Alles neu schreiben So, herzlichen Glückwunst, ey Ich hab... So, ich hab jetzt einige, was ich sage Wir brauchen mehr Ah, es wird Tag, warte Lass erstmal warten, bis Tag ist Alter, warum hast du diese ganzen Rubinwerkzeuge? Warum verschwendest du das da früher? Weil Andi gesagt hat, ich soll meine Werkzeuge aus Rubin bauen Wenn er will Äh, äh, äh Was heißt hier, wenn er will? Ist es ihm nicht gestattet? Was? Also bin ich nicht gut genug für Rubin? Äh, nee, aber Nee, nicht du, sondern es geht um deine Tätigkeiten Die sind nicht gut genug für Rubin Alter Jetzt kommt hier eine Spinner an Der kommt generell alles an Voll übel, dass er sich einfach mit Schiffen fuhlt Wow, 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 wow Und noch, Alter Alter Warte, bevor du stirbst, lass mich lieber ans Werk Ja, ich bin schon wieder fast tot Huhuhuhu Beschütze mich Ich muss was essen Keine Ahnung, ich kann das Programm nicht angucken Mach den Platz Den Ah Den Sack Wow, Skelett Wow, bist du Hinter dir ist ein Creeper Hinter dir ist ein Creeper Keine Angst Ich regel das Ich hab aber Angst Ich hab Angst um dich Guck Zack Gunpowder Das darf so nicht zu Ende gehen Ich hab irgendwie das Gefühl, dass da hinten noch eine zweite Pyramide ist Ja, ich auch Aber da ist kein Ey, hier ist Öl Guck mal, ich bade in Öl so Ich bin so ein Was? Ich bin so ultimativ rich hier Das ist bestimmt gut für die Haut, Däumen Wie, ist da eine Ölquelle? Äh, Andi, kennst du das nicht in so Wellness-Dinger? Da wird man doch dann mit so Öl eingerieben Ja, aber kein Erdöl Natürlich Immer Erdöl Äh, Zander, hast du die Zeit eigentlich im Blick? Ich hab mal wieder vergessen, den Counter zu starten Achso, äh, ja, so ungefähr Ich denke mal Wie weit sind wir? Ja, wir sind jetzt bei 14 Minuten Ah ja Aber ich denke mal, wir können noch eine Minute länger machen Weil wegen Quatschen und so vorher Ey, da ist noch eine zweite Wüste Lass mal, da kommt noch, ob da noch eine Pyramide ist Ich nehme mal kurz für Andi den Bambus mit Ja, Mann Ich hab, wir haben schon Bambus Shuffle LP macht seinen Zum Kreativmodus Warum auch immer Aber er wird es wahrscheinlich Ja, vielleicht vielleicht Ah, ist wieder survival Hier sind voll viele Schafe, Däumen Ich gehört, Sander Warum? Wir wollen doch Sand Wir sind doch hergekommen, um Sand zu holen Ja, aber Däumen Ich wollte hier hinten in der Wüste noch mal gucken, ob hier vielleicht noch mal ein bisschen mehr ist Lass mal die Kakteen und so mitnehmen Äh, warum? Einfach so Dann haben wir alles da Wenn wir mal irgendwann eine Kakteen brauchen Wow Wow Ich hab hier einen Minenschach gefunden Echt? Krass, brauche ich nicht Doch, komm mal her Ich weiß nicht mal, wo du bist Ich bin, komm, komm her Guck, wo ich bin Guck, wo ich bin Bleib mal stehen, wo du bist Ich seh dich, ich seh dich Wo bist du? Ich komme Wo bist du denn? Ich bin hier im Tal Tal? Tal? Tal Ey, oh, das ist so ein kleines Loch Ich bin da fast reingesprungen Und es geht richtig weit runter Wo denn? Hier hinten, komm mit Weiter runter Komm und Lee Weiter runter Komm und Lee Ich komme Ich komme Wo bist du? Hier You see? Und da unten ist irgendwie so ein grünes Oh, siehst du das? Und hier ist noch voll viel Sugarcams und so Ja, das ist Jura Ja, aber lasst doch mal ganz kurz gucken Bevor wir jetzt hier irgendwas machen Ob hier noch irgendwo tighter Stuff ist Ob es dann da Bilder am Kopf hat Ja, ne, ob hier so eine Pyramide ist Weil, weil wenn wir noch eine Pyramide finden Und hier ist noch eine Ölquelle Ne, doch nicht Dieses Wasser, was dunkel ist Lightning Fail Richtig Ne, aber es wäre richtig geil Weil, ähm Wenn wir jetzt noch eine Pyramide finden würden Finden wir aber nicht Finden wir echt nicht, ne? Ne, die sind relativ Komm mit, komm mit Auf der Karte wird hier so ein komisches So ein, so ein, so ein abgesacktes Ey, kennt ihr das nicht Wenn Leute mit Satellitenbildern Irgendwelche Ruinen suchen? Echt? So, Ruli? Ja Ja, dann, weil Dann finden Das Dschungel So, ich probiere jetzt was aus Ob man mit Smaragd auch Ob ich hier abbauen kann Also, wenn ich mein Zeitgefühl nicht täusche Sind die 15 Minuten Und jetzt schon seit 2 Minuten um Ja, ich würde sagen Wir sind jetzt ungefähr am Ende angekommen Das ist ein bisschen, äh Tricky, weil wir halt vorher noch ein bisschen gequatscht haben Und meine Aufnahme schon gelaufen ist Aber da wir alle noch am Aufnehmen waren Ist es ja gar nicht so schlimm Äh, ich würde sagen Ähm, ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat Oder wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat Ähm, morgen geht's weiter bei mir nochmal auf dem Kanal Weil das ist ja der Samstag Richtig Und, äh, ja, ich würde sagen Gönnt euch ein Abo Oder lasst es bleiben Bis zum nächsten Mal Tschüss